Ich wusste es, weil ich nämlich diese lebenden Organe und sowas dabei habe. Reduced by 50. Ja, es ist so klar, die sind so kritisch, was es immer angeht. Schwupps, gleiche, jede Menge Unbeliebtheit runter, nur weil ich denen meine Sachen nicht aushändige. Ah, ätzend. Naja, egal. Ich wusste es irgendwie loswerden. Mal schauen, vielleicht haben wir hier eine Station in der Nähe oder sowas. Und wo hier in diesem Teil des Universums recht wenig los ist. Orange. Ah, mir ist egal. Ich will mich damit jetzt noch nicht so befassen. So. Genau, weiter Gas geben. Uh, die machen ja mal ganz schön platt da. Ich will zumindest ballern so ordentlich auf jeden Fall. Oh, ich habe ihn ja jetzt auch gerettet, da ist es, dass er mit uns mitfliegt. Alter, da auch gute Chancen. Sehr schön. Naja. Habt ihr die Müllischar kommt nicht wieder? Hm. Die Nerven richtig. Mit ihrem, alles recht und ordentlich. Das muss nicht sein. Gucken, jetzt kommen mein Ticket wieder. Die Bösen. So. Das kommt schon. Target destroyed. Den haben wir. Irgendwo war doch hier so ein Metallic Ore. Das will ich haben. Ah, aufnehmen bitte. Sehr gut. Ja, wir nehmen es mal alles mit, damit wir hier die ganzen Schützen können. Wo ist er, da ist er. Okay, kein, keine Herausforderung, der Typ. Target lockt. Gehen, um zu engagieren. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. So, und aufballern bitte. Oh, da ist er plant. Jetzt bitte legen. Das geht richtig gut, ich sehe meine Katzfatz schütteln alles weg. Tja, das war's. Sehr schön. So, dann suchen wir uns die nächste Mission noch raus, dann haben wir es. Sehr schön. Das liefst echt ganz gut, ne? 6.000 Schlag mich tot bekommen dafür. Das ist echt in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt dafür noch bekommen. So, haben wir hier irgendwie was? Ah, wir sind relativ nah dran. Die anderen hassen uns sowieso schon, von wegen. Das bisschen, das macht's dann auch nicht mehr. Ja, sowas hatte ich mir schon gedacht. So. Geht mal draufballern. Na komm schon. Keine Chance mit so einem kleinen Popelschiff. Target lockt. So, und jetzt nächstes, bitte. Einmal. Sehr schön, noch irgendwo einer. Da ist noch einer, aber der andere macht den auch schon platt. Ach, das ist schon einen platt gemacht. Sehr schön. Ja, der ist echt gar nicht so ungut, ne? Target lockt. So, und den letzten, bitte. Target lockt. Sehr schön. So, das soll man natürlich abgeben. Das ist ganz gut, weil das läuft zur Raumstation. Und ich brauche ja sowieso neue Raketen und alles. Und ich möchte das geht ja auch ausgeben. Von daher passt sich das dann. Und ich hoffe, ich hoffe, ich kann das verkaufen. Oh, ich finde, diese Raumschiffe sind echt cool gemacht hier, ne? Immer noch very high. Ja, also ich frage mich, was man machen muss, damit das ordentlich runtergeht. Alter Schäle. Das sind ein paar viele von den großen. Ja, die jagen mich natürlich jetzt auch, weil ich da so ein paar von ihnen platt gemacht habe und sowas, ne? Und, ähm, die mich jetzt echt hassen, aber... Ja, mach mal, mach mal. Ich fliege lieber. So, schnell weiter. Ja, das sind mir eigentlich zu viele ohne Raketen, ohne alles. Für uns jetzt aktuell denke ich mal ein bisschen problematisch. Wenn wir das eine Schiff hätten mit hier irgendwie sieben Geschütztürmen oder so, dann könnte man das eher machen. Links und rechts hier haben wir zwei von diesen rakierten Dingern, obendrauf zwei, ähm, weil der eine, ne? Ich glaube, weil der eine in der Gelder war das ja gewesen. Obendrauf dann zwei, ähm, Minenlaser und einer von diesen anderen. Ich denke, da würde das gehen, aber so, hm, schwierig. Ja, ist okay, ist okay. Ich verzeih dir. Schlecht, dass manche Sachen so spiel zu bauen, ne? Wird das das eine mal mit diesen, mit dieser Station, wo er direkt drinnen gelandet sind, mehr oder weniger. Das ist natürlich etwas problematisch, aber nur gut. Hat man manchmal. So. Gleich haben wir es geschafft. Oh, noch eins. Okay. Ich gehe da ganz hier nicht hin. Wenn er jetzt schon wieder die Militia wartet oder sowas, dann kriegt man wieder wirklich auf den Sack. Da habe ich kein Bock drauf. Oh, okay. Noch eine Zeit, Cutter. Oh, das ist los. Oh, Salabista, Baby. So. So. Das ist schul. Oh, der ist bereit. Keine Chance. Ich habe mal wieder Raketen. Ach, okay. Wann da welche wohl dabei? Ja, man kann ja irgendwie auch Munition oder irgendwas aufnehmen. Keine Ahnung. Also anscheinend haben wir da jetzt irgendwie Glück gehabt. Reparieren muss ich anscheinend nicht. Das wäre zu teuer. Das bringt uns nicht wirklich was. Gut, da könnte man mehr Sachen mitnehmen. Aber bringt halt an sich nichts. Das hier. Das wäre das, was ich bräuchte. Wenn wir das hätten. Aber wir sehen, wir sind jetzt mittlerweile Rang 2. 3. Nein, nicht wirklich. Nein, kannst du vergessen. Da haben die nichts. Ah, 56.000. Das ist schon ganz schön 4. Aber das Gute ist natürlich. Ich kann bei denen, glaube ich, so gut wie alles verkaufen. Na gut, bis auf die illegalen Sachen. Mist. Ah, gerade die bringen richtig Knete. Gerade die Organe, ey. Was haben wir denn hier für Missionen noch bei denen? 4.000. Hier, 11.000. Und sie wird dort raus dr инструмент Ach, das ist schon wieder was. Nun muss das din ... so wollen wir ein andere Station noch raus aber aktuell ist das ganz ok Nun gut, ich denke das sollte es erstmal auf dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich für dieses Zuschauen. Bis dahin, euer Sittertum.